15. Oktober 1962 Der Herr Jesus wandte sich mit traurigen, ja flehentlichen Worten an mich. Meine kleine Tochter, komm, neige dein Haupt zu mir, und wir besprechen, was dir schwerfällt. 16. Sind es die vielen Opfer, die du für mich bringst? Er zählte meine Schwierigkeiten der Reihe nach auf, mit denen ich mich herumschlug und fragte mich. Wirst du darauf verzichten? 17. Die Versuchungen, unter denen du viel leidest, sollen dich nicht fernhalten von mir. 18. Wir leiden gemeinsam. 19. Auch ich wurde vom Satan versucht. 20. Du kannst dich nicht für mehr halten als dein Meister. 20. In deinem Leben steht noch keine abgeschlossene Arbeit. 21. Seine Worte drangen tief in meine Seele ein. 22. Er versprach, mir eine besondere Stärke zu verleihen. 23. Ich solle mich nur weiter abmühen. 24. Worauf es ankommt, das ist der ständige Kampf. 25. Er sprach noch über vieles, aber ich kann es nicht niederschreiben. 25. Seine große Güte hatte mein Herz bewegt, so sprach ich zu ihm. 26. Mein Anbetung würdiger Jesus, du weißt, der Geist ist zwar willig, aber der Leib ist schwach. 26. Daraufhin spendete er meiner Seele die Stärkung seiner Gnade. 27. Er sprach zu mir, als wäre er ein Mensch. 27. Siehst du, so sieht mein Reichtum aus. 28. Ich bin auf dich angewiesen. 29. Darum gebe ich dir viele Gnaden. 29. Jetzt wollen unsere Hände gemeinsam sammeln. 29. Denn in unseren Gedanken sind wir einig. 30. Siehst du, wie wesentlich unser Gebet ist? 30. Meine kleine Tochter, wenn es viele solche Seelen gäbe, mit denen ich so sprechen kann, 30. Dann würden auch meine Klagen abnehmen. 31. Ich bitte dich, nütze die Gelegenheit und bitte unseren himmlischen Vater, 31. dass ich von vielen Seelen verstanden werde. 31. Ich weiß, für viele ist das nicht leicht. 32. Aber die Schwierigkeiten hören auf, wenn ihr ganz in meiner Nähe kommt. 32. Wenn ihr dann bei mir, neben mir seid, dann wird alles einfacher für euch. 33. Die Liebe erleichtert eure Bereitschaft zum Opfer. 34. Einmal überflutete er meine Seele mit seinem göttlichen Licht. 35. Er sprach über vieles zu mir, aber ich bin nicht imstande, etwas davon niederzuschreiben, nur so viel. 35. Und das Wort ist Fleisch geworden. 35. Lass dich durchdringen von diesem großen und erhabenen Geheimnis, das die Erlösung der Welt bedeutet. 36. Meine Erwägungen im Zusammenhang mit diesen Worten kann ich nicht in Worte fassen. 36. Monatelang habe ich über dieses unergründliche Geheimnis nachgedacht. 37. Gelobter Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.